Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Spaß im Multiplayer. Erstmal Soundcheck. So, eingerichtet habe ich ihn ja schon. Lobby erstellen. So. Ich frage mich, ob welche davon dieses eine jetzt opfern, denn dann habe ich auch mindestens jetzt noch ein bisschen Fortschritt. Einer fehlt noch. Mann, wo bleibt denn der letzte? Einer fehlt. Ich brauche ja ewig, um dazuzukommen. Ich schätze mal, einer würde, wenn einer weggehen würde, dann würden zwei wieder neu kommen. Das ist irgendwie so, wenn sofort drei sind, dass dann keiner zukommen kann irgendwie. Aha. Oh, und der geht auch raus. Aha. Und jetzt sind es so wieder drei. Der eine hätte nicht rausgehen sollen. Ah, jetzt ist der vierte da. Also kann ich ja bald beginnen. Los. Und schon geht die wieder raus, oder was? Wieso? Ach, ist da, ist gerade wieder jemand reingekommen? Also. Wieso? Wieso hauen die immer ab? Ich hoffe, nee, das Lustige ist, dass es zur Zeit eine Zeit, wo es sein kann, dass auf einmal das Netz weg ist. Es ist nach zwei Uhr. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht mittendrin. Los, ihr beiden. Jetzt fählst du nur noch du. Puh. Und schon ist das Spiel, kannst das Spiel beginnen. Und ja. Ja. Oh. Ach, das ist, glaube ich, für alle. Oder das ist nur für Überlebende. Ich weiß es nicht. Aber das kann schon mal was Gutes heißen. Heißt, ich kann zwei auf einem... Ich kann auch wieder zwei Münzen. Juhu. Juhu. Das ist gut. Irgendwie habe ich erst so gefühlt, dass jeder, in jedem Spiel mindestens einer, einen solchen hat. Dass bei jedem Spiel irgendeiner zum Mondhaken zum Mondgenerator gemacht wird. Das ist auf jeden Fall gut, da kriegt man mehr Fortschritt in den Münzen. Oh, hier. Hm. Das ist halt problematisch. Das ist halt problematisch. Ich krieg dich. Ich hab dich gleich. Nettes. Hehehe. Nettes. 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 Ah, drückt über mir. So, wo können die sein? hier rennt jemand hoch ich hab die noch erwischt aber hey du gehst in die richtige Richtung und du auch hab dich hey danke dass du da unten rennst und mal ein bisschen weit weg ja was sollte das ich hab nicht ausgeholt haut doch nicht ab es dauert mir zu lange um dahin zu gehen mit die die um so 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 ich krieg dich was ja so 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 wo bist du so 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 ich weiß dass er irgendwo lang rennt so 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 Hab dich! So. So, der erste ist schon mal weg. Ah, hier ist schon mal die Luke. Ohne schön oben zu sein, aber wie kann man hier nochmal hoch? Er ist schon mal wieder sehr kaputt. Ah, hier ist schon mal weg. Ah, hier ist schon mal weg. Ah, hier ist schon mal weg. So. Das mit runterfallen war es plötzlich. So. Aufgang. Ah, hier ist schon mal weg. Hä? Wo sind die hingelaufen? Wir haben doch genug Wahnsinn. Das heißt, das müsste eigentlich klappen. Moment. Ah! 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 Ich weiß, wo die Luke ist. Ah! 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 So Ja, zwei sind entkommen Leider, aber ich muss glaube ich drei erwischen, damit ich die einen Trophäe kriege Yay, das wollte ich haben Oh Und Level up Und ich habe schon wieder so eine Opfergabe gekriegt Davon kriege ich irgendwie ziemlich viele Oh, schon wieder ein Pudding des Überlebenden Das ist geil Roter Umschlag Noch drei Ja, wir brauchen jetzt nur noch sieben Match Das ist mit zehn Mit jeweils zehn Und dann habe ich einen neuen Perk für alle Das ging jetzt mal schnell mit dem Was war das? Das erste? Das weiß ich gar nicht, was das ist Keine Ahnung, was das war Warum steht auch manchmal nicht, was es tut Das weiß ich nicht Das ist blöd, wenn das nicht daran steht, was es macht Ich habe auf jeden Fall wieder zwei Haken zum Anhaken Oh, das ist ja Das ist ja Die Zeit kann auch kürzer sein. Die Zeit kann auch kürzer sein. Oh! 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 Wo ist der hin? Blöd, dass da... Diesen einen Perk nehme ich auf jeden Fall nicht mehr wieder. Mit den sieben Metern Verringerung. Hm. Ich weiß doch, dass hier einer ist. Ich weiß aber nicht, wo die hin ist. Ich weiß nicht, wo die hin? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo die hinzufügen. Hab dich! Hab dich! Ich hab mich nur gefragt, wo sie ist. So. Eine Münze habe ich, aber die andere Münze ist ja noch da hinten. Hi. So. Dich hänge ich hier auf. Mir fehlt noch der letzte. Hab dich! Da hinten ist der Haken, zu dem ich will. Ich fick dich. So. 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 Ich bin jetzt leise gewesen, um zu hören, wo sie ist. Und aufgehangen. Juhu. Und ich habe gleichzeitig auch, glaube ich, auch mein meine Trophäe. Gelehrter Doktor. Oho. Ich bin jetzt wieder Rang 16. Was macht das? Höhe gleich die Chance. Achso. Das kriege ich kaum. Hä? Das möchte ich nicht mal wissen. Was ist das TG Dual? Ich glaube, es kommt wieder eins. Und level up. Und level up. Das ist eigentlich ein Jägerin-Perk. Was er genau macht, weiß ich allerdings nicht. Ich arbeite mich so nach da. Das will ich nämlich auch haben. 100 Poppunkte für alle Kategorien. Für alle Spieler. Die Fehler von denen habe ich jetzt eigentlich. Das ist wieder mal zwei. Mal wieder. Und ich würde sagen, das war eine... Das war eine weitere Folge von Spaß im Multiplayer.